Herzlich willkommen zur Talk24 am 14. Oktober. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht beim E-Rezept noch erheblichen Nachbesserungsbedarf. Es gebe Sicherheitslücken und Probleme in der Architektur, sagt er auf Nachfrage von Apotheker ad hoc. Das werde den Rollout entsprechend weiter verzögern. Die Betriebskrankenkassen wollen bei den Apotheken kräftig sparen. Wie der BKK-Dachverband gegenüber Apotheker ad hoc näher ausführte, soll das Fixhonorar massiv gesenkt und der variable Honoraranteil gedeckelt werden. Jede einzelne Apotheke würde das durchschnittlich mit einem sechsstelligen Betrag belasten und für viele das wirtschaftliche Aus bedeuten. Schon gegen die von der Regierung geplanten Kürzungen wollen viele Apotheken in der kommenden Woche in den Streik treten. Am nächsten Mittwoch bleiben die Apotheken in vier Bundesländern am Nachmittag geschlossen. Die Notfallversorgung bleibt gewährleistet. Wegen vielerorts hoher Corona-Infektionszahlen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Bundesländer eindringlich aufgefordert, wieder verstärkt Maskenvorgaben für Innenräume vorzusehen, damit ein Hergeher aus seiner Sicht eine Testpflicht als Alternative. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Montag wieder.